Wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne. Herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxes. Jetzt nimmt mein Aufnahmeprogramm wieder nur mit maximal 45 FPS auf. Ich weiß, es ist euch scheißegal. Ihr merkt es wahrscheinlich auch gar nicht, aber mich schreckt es ab. Ich merke es und sehe es halt und ich frage mich, warum? Mein letzten Mal hat es da mit 60 FPS aufgenommen. Verdammt nochmal. Ist auch egal. Ich glaube, es ist jetzt ein Tick heller, oder? Kann das sein, dass es ein Tick heller ist? Ich bin jetzt nicht 100% sicher, aber ich würde sagen, es ist ein Tick heller. Also wir hatten ja umgestellt, die Grafikoption, dass wir den Gamma-Wert, wo war das? Nein, hier war das glaube ich nicht. Wo war das denn? Nachbearbeitung? Allgemein war es doch hier. Ja genau, System-Gamma-Einstellungen übernehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich heller geworden ist. Ich glaube, es ist ein Tick heller geworden. Ich würde zwar lieber im Spiel einstellen, wie hell und dunkel es ist, aber ich lasse es erstmal so. Wenn ich irgendwann mal Bock habe, dann versuche ich mal rauszufinden, woran es liegt, dass das nicht mehr funktioniert. Aber ich glaube, es ist jetzt ein Tick heller, oder? Kommt mir das nur so vor. Also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ist auf jeden Fall nicht dunkler als vorher, das ist schon mal gut. Und es war ja auch vorher noch okay, man konnte ja noch genug sehen. Ich glaube, es ist ein Tick heller. Wenn nicht, dann ist es halt nicht so. Und vielleicht... Oh, mit dem Kammern an der Rede nicht aussieht. Ich spreche mir nochmal. Und ich werde mal, wenn ich dran denke, versuchen rauszufinden, warum ich nicht mehr selber das Kammer-Ding einstehen kann. Oder es nichts ändert, sag ich mal so. Was ist das? Hat der Orden der Flammenrose einen neuen Sitz? Gar nicht schlecht. Hör zu, Streuner. Ich weiß nicht, was du hier willst, aber ich gebe dir einen Rat. Geh dorthin zurück, woher du gekommen bist. Und? Was machst du noch hier? Muss ich dir erst den Schädel einschlagen? Also, eigentlich müsste doch mittlerweile Geralt im ganzen Land bekannt sein, wenn man sich überlegt. Also, ich betreibe jetzt mal. Witcher 1, Witcher 2, Witcher 3. Der ist jetzt, glaube ich, schon 100 Jahre alt oder so, Geralt. Oder war es sogar noch mehr. Und... Wenn ich mir alleine überlege, was wir in dem Hauptspiel Witcher 3 alles gemacht haben, wo wir überall rumgekommen sind, mit wem wir geredet haben. Also, mittlerweile müsste einfach bekannt sein, wer Geralt ist, wie der aussieht mit seiner Narbe im Gesicht. Ist ja auch ziemlich auffällig. Heißt ja auch Weißer Wolf wegen seinen weißen Haaren und dem Bart. Die zwei Schwerter oder halt das Schwert und die Axt auf dem Rücken in dem Fall. Also, im Endeffekt müsste mittlerweile jeder wissen, wer das ist. So, was ist da drin? Dein Tun gefällt mir gar nicht. Ich bleib immer freundlich. Ich frage mich, was da drin ist. Riecht nach Fistech. Was dagegen, wenn ich mir das anschaue, Brüder? Wir haben was dagegen. Ziemlich viel sogar. Schluss mit den Spielchen. Ich zähle bis drei, dann bist du weg. Verstanden? Eins, zwei... Die lassen mir ja... Hey, lass uns drüber reden. Du willst kämpfen? Nur zu... Ich bezahle doch kein Geld. Tausend dafür. Täuschen kann ich sie nicht. Von daher, ja, muss ich sie halt umbringen. Aber es ist schon merkwürdig, dass die nicht direkt angreifen. Die würden doch eigentlich normalerweise... Die wollen ja auch nicht, dass ich irgendjemandem verrate, wo den ihr Versteck ist. Die würden mich also niemals gehen lassen. Ich muss sagen, das Quest haben so ein bisschen merkwürdig... Also, jetzt diese Szene, diese Szene im Quest haben so ein bisschen merkwürdig geschrieben. Macht nicht richtig Sinn, aber egal. Drei. Schade, hat nicht funktioniert. Hab gedacht, dass seine... Oh, wir müssen mal unser Schwert reparieren. Hab gedacht, dass seine Deckung kaputt geht, wenn ich lange genug drauf einhacke, aber... Naja, geht auch so. Wobei die ganz gut... Ganz gut kämpfen, muss ich sagen. Die wären auch ganz gut ab bisher. Scheiße, ich wollte eigentlich blocken. Hier, Hexer, Hexer! Das reparieren wir erst mal, bevor ich es vergesse. Okay, das kann man vielleicht vergessen, wenn es oben links so krass angezeigt wird. Unser Schwert... Wie Prozent hat es denn noch? 48! Eieieiei! Das ist bei 91 Prozent. Okay, 48. Hätte es da nicht schon eher das mal anzeigen können? Weil das verliert ja vorher schon, glaube ich, Schaden. Weil, wie man sieht, jetzt macht es schon 57 weniger Schaden, weil es nicht mehr so gut ist. Also, Meisterwaffenreparatur und Gesellen. Ja, wir haben jetzt noch zwei davon, dann machen wir die erstmal alle. Krass, dass wir davon echt nur noch zwei haben. Ich glaube, von Rüstung haben wir viel. Ja, da haben wir elf. Egal, passt. Normalerweise hat man ja auch noch... Oh, sind wir ein Level aufgestiegen? Tja. Das erste Mal in... Was war denn das nochmal? Charakter? Charakter? War das nicht C? Na, ist egal. Das erste Mal ein Level aufgestiegen in... Ich würde schon FIFA 18 sagen. In Hearts of Stone. So, was... Verbrauchte Punkte. Wir haben einen... Wo pumpen wir den denn jetzt rein? Ich sehe auch gar keine neuen... Effektdinger da. So, wir haben... Was haben wir denn jetzt hier drin? Wir haben jetzt hier... Pfeilabweisung. Aktuelle Stufe. Sind wir schon auf dem Maximum? Ich glaube, wir haben ja schon überall das Maximum oder? Was wird das? Flut des Zorns. Beim Wirken von Zeichen werden drei Adrenalin-Punkte verbraucht, um das Zeichen auf der höchsten Stufe zu wirken. Alle Boni werden freigeschaltet und die Zeichenintensität um 100. Uh, krass. Aber... Das habe ich anscheinend nicht drin. Warum habe ich das nicht drin? Das ist doch eigentlich viel geiler als Pfeilabweisung. Das nutze ich doch sowieso nie. Paraden zum perfekten Zeitpunkt reflektieren Pfeile zurück. Mache ich doch sowieso nie. Ich glaube, da packe ich echt das hier rein. Weil das kommt ja häufiger... Oder das kommt ja eher mal vor, dass man drei Adrenalin-Punkte hat. Und dann halt einfach mal der fette Maximum rausgehalten wird. Das ist doch viel geiler. So, was ist das? Konter. Nach einem erfolgreichen Konter bewirkt der nächste Angriff 30% mehr Schaden pro Fertigkeitsstufe. Oh, dann... Ja, dann pumpen wir das ja erstmal, oder? Gibt es noch irgendwas, was wir verbessern wollen, würden, tun, sollen, sein, müssen? Das ist, glaube ich, alles nur eine Stufe möglich, ja. So. Ja, dann... Nehmen wir ruhig den Konter. Wann habe ich ihn erst auf 1? Verstehe ich gar nicht. So. Was haben wir jetzt hier? Nach einem erfolgreichen Konter bewirkt der nächste Angriff 10% mehr Schaden pro Fertigkeitsstufe, sowie eine Chance auf Niederschlag, je nach Anzahl der Adrenalin-Punkte. Und dann das dritte ist... Ah, Angriff 10% mehr Schaden pro Fertigkeitsstufe erfolgt als... Also müssten sie jetzt schon bei 20% sein, beim nächsten dann 30%... Und okay, es verändert sich nicht wirklich so viel, aber egal. Sehr schön, unser erstes Level. Nice, nice, nice. Wollte ich noch irgendwas machen? Ne, ne? Ich überlege gerade... Ne, Spalbe haben wir noch genug. Ich habe gerade schon geguckt. Grilltes Hühnerbrötchen und rostiger Schlüssel. Hier können wir nichts looten, interessant. Hätte ich so erst mal nicht gedacht. Auch merkwürdig, dass nur zwei Typen hier waren und nicht noch mehr. Kartoffel-Bowist. Schnaps ist immer gut. Oh, das ist ja total verzweigt. Ach, das ist eine Mine. Das ist eine Hütte, die in eine Mine reinführt. Hä, war ja draußen ein Berg? Tatsache. Habe ich noch nicht gemerkt. Ich dachte, es geht ganz normal mit Wald... Also ich dachte, es geht ganz normal mit Wald weiter nach dem... Hinter der Hütte, aber es ist tatsächlich ein Berg hier. Nice. Noch merkwürdiger, dass auf diesen... Eingang... Vielleicht sind ja drin noch mehr, aber dass auf den Eingang nur zwei aufpassen, das ist irgendwie komisch. Aber egal. Einfacher für mich. Doppel-Bowist. Nur Schrott. Essen. Ich möchte gerne mehr Essen haben. Wir hatten mal richtig... Ich möchte noch mal... Das sieht ein bisschen länger hier aus. Ich versuche das Labor des gefallenen Rittern nordwestlich von Brun mit. Und da ist auch noch jemand. Das sieht man. Da steht er. Oh, kein Feuer hier. Sonst explodiert das alles. Blöd. Tabakpfeife will ich nicht haben, weil die verbraucht nämlich, glaube ich, Gewicht. Da ist doch bestimmt was drin, oder? Ich bring das mal zur Explosion. So. Ach, ich glaube, das kommt aber wieder mit der Zeit, oder? War das nicht so? Jetzt bräuchte aber eigentlich mal Katze. Kätzlein... Wo bist du? Oh, ich hab's so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß ja, wie die aussehen. Das ist ein bisschen blöd. Sowas brauchen wir nicht. Den blöden Donner setze ich eh nicht ein. Katze. Katze, hallo. Ich dachte eigentlich, dass jetzt hier noch irgendwelche Truhen oder sowas stehen, wenn... wenn das Gebiet so geschützt ist von giftigem Rauch. Da können wir ja auch so einen Trank trinken, der uns dagegen immun macht. Aber ich glaube, wir kommen auch so durch. Ich hätte den, glaube ich, auch gar nicht zur Explosion bringen müssen. Hat sich ja überhaupt gar nicht gelohnt. Vielleicht auf der anderen Seite. Ach, da nicht. Nur diese blöden Pilze überall. Buhwist und Seewandpilze. Und Haarschleierlinge. Aber okay, vielleicht brauchen wir es ja nochmal... Ist das jemand zum Kämpfen? Ich geh mal von der anderen Seite rein, weil von hier kann ich nicht gut kämpfen. Also, wie lange reicht denn die Katze bei mir bloß? Ich muss direkt mal gucken, ob ich davon eine Erweiterung machen kann. Tränke. Besser die Katze. Scheiße. Was fehlt denn da? Alkohol-Hest? Hä? Haben wir das nicht letztens erstmal eingesammelt? Ach so. Bestimmt hat... Bestimmt hat die... Als ich meditiert habe, haben die bestimmt diesen Alkohol-Hest genommen, um meine Tränke aufzufüllen. Die Blödis. Aber Alkohol-Hest können wir auf jeden Fall selber bauen. Zutaten fehlen. Was fehlt denn? Kirschlikör! Oh! Okay, müssen wir uns merken. Wir brauchen Alkohol-Hest bzw. Kirschlikör, um eine verbesserte Katze bei uns zu können. Oh, jetzt habe ich absolut rafferts des Weißen genommen. Ich bin aber auch dumm, he. Egal. So, ist das jetzt ein Gegner? Oder... Ach ne, ich kann da drin gar nicht rennen, sehe ich gerade. Da scheint kein Gegner. Der kniet auch. Ach ne, da steht einfach... Ha! Schöner Grafikfehler. Da steht einfach mal auf dem Boden der Steine und dadurch steht da halt einfach mal zur Hälfte im Untergrund drin. Sehr komisch. Und jetzt klauen wir hier natürlich alles. Ich meine, von denen können wir eh alles klauen. Die haben es eh nicht verdient. Ne, ich brauche keine Starbucks-Five. Und jetzt pennt er auch noch so blöd. Krass. Alkohol-Heast. Na also, ich habe mir das gemerkt, Freunde. Es war immer in fast eine Minute, würde ich sagen. Und ich habe es mir gemerkt. Und jetzt brauchen wir nicht erst den Alkohol-Heast selber herstellen, sondern können dieses... Die Katze machen. Sehr gut. Ist das noch die normale Katze, die wir hatten, oder was? Ja, krass. Okay, dann mal die verbesserte. Sehr schön. Verbesserte Katze. Ah, und es füllt die Katze auch direkt komplett aus. Oh, jetzt haben wir nämlich direkt wieder vier Ladungen. Nice. Und die hält dann ja wahrscheinlich auch länger. Und nochmal Alkohol-Heast. Das ist sehr gut. Na, schauen wir mal, was die zu sagen haben. Es gibt wahrscheinlich gleich ein großes Gemetzel, ey. Verdammt! Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Hexer. Oder, wie ihr Brüder mich gerne nennt, ein Mutant. Du solltest gar nicht hier sein. Und Ritter der Flammenrose sollten keine Menschen umbringen oder Drogen herstellen. Ja, sollten wir nicht. Wir sollten die Unterdrückten beschützen, den Glauben an das ewige Feuer verbreiten. Aber Radovid hat uns reingelegt, seinen Schwur gebrochen und unsere Brüder an die Front geschickt. Als der mächtige Orden ausgeblutet war, hat er uns aufgelöst. Er hat unsere Ländereien und Besitztümer für seinen Krieg verwendet. Wer nicht widersprach, wurde zum Hexenjäger ernannt. Wer es wagte, sich gegen ihn zu erheben, wurde eingesperrt oder ins Exil geschickt. Wir sind nur wenige, die noch die Farben tragen. Und wir müssen einen neuen Platz für uns finden. Die flammenrosen Typen sind doch sowieso nur als Scheiße gewesen. Also da hat Radovid immer was Gutes gemacht und dass er die aufgelöst hat. Ich meine, okay, wenn die dann zum Hexenjäger aufgestiegen sind, machen sie wahrscheinlich den gleichen Scheiß immer noch. Und andere Anderlinge und Hexer halt versuchen umzubringen. Aber die waren sowieso Müll. Von daher finde ich es gut, dass sie aufgelöst wurden. Das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ihr wurdet also zu Banditen. Glückwund und auch Wiedersehen. Ne, ich nehme das Zweite. Ihr seid also zu Schurken geworden. Wolltet ihr das, was Siegfried von Denesle wohl dazu sagen würde? Siegfried von Denesle würde? Aber woher kennst du? Ich kenne dich. Du bist Geralt von Riva. Du hast Jack der Aldersberg getötet. Ganz genau. Und wenn ich müsste, würde ich es wieder tun. Das war der Beginn unseres Niedergangs. Das hast du ausgelöst, verfluchter Mutant. Zieh deine Klinge! Von mir aus. Kein Grund zu brüllen. Bitte einfach höflich darum. Rührig. Oh Gott. Oh Gott. Das sind ja richtig viele. Also ich gehe davon aus, es zu schaffen. Weil wir müssen einfach nur die Umgebung nutzen. Und dürfen halt nicht gegen alle auf einmal kämpfen. Und die werden uns wahrscheinlich auch nicht alle endlos nachrennen, denke ich. Oh scheiße. Ich hänge fest. Fuck. Okay. Die rennen uns doch endlos nach. Scheiße. Aber vielleicht kann ich ja trotzdem wieder die Umgebung zunutze machen. Scheiße. Ich habe den jetzt abgezogen. Und die... Aber manche brennen sogar. Sehr gut. Scheiße. Ach so. Das Gift stört ihr auch schon. Oh. Na geil. Da brauche ich ja nur hin und her laufen. Sack bist doch. Sei denn halt. Ich komme hier nicht raus. Scheiße. Sehr geil. Krass. Wie vergiftet. Die sind fast alle tot. Da. Ach scheiße. Der ist nicht unterher gerannt. Der hat die heute. Toll. Ah okay. Ist nicht alle tot. Jetzt gibt es noch ein paar, die... Wie gesagt. Nicht unterher... Jetzt haben mich mehrere auf einmal getroffen. Aber okay. Der Kampf ist nicht schwer. Ich brauche einfach nur da hin und her laufen. Die Umgebung nutzen. Und die vergiften lassen. Da waren zwei. Die sind dann scheinbar nicht mitgelaufen. Problem ist halt bloß, dass dadurch, dass ich halt dann im Kampfmodus bin, ist halt mein Fokus immer auf die Gegner gerichtet. Da ist halt das Bewegen und das Wegrennen nicht so einfach. Und ich kann nicht so leicht irgendwo hochklettern. Das heißt, ich bleibe viel einfacher an irgendwelchen Kanten oder Steinen oder sowas hängen, als es normalerweise der Fall ist. Das ist ein bisschen scheiße. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es jetzt direkt beim zweiten Mal mache. Aber ich brauche zumindest diese giftigen Dämpfe gar nicht erst explodieren lassen. Sondern ich muss sie einfach nur in das Gift reinschicken. Dann sind die so blöd und vergiften sich halt. Ich bin ein Heck. Du solltest. Und. Ja, aber. Ja. Wir sind. Sie. Ich. Ganz. Das. Kein. So. Oh. Oh. Und es zieht halt richtig viel ab, finde ich. Masse. Scheiße. Hier kommen die langen. ,,Wol moort". Oh. Weil ich hätte auch vorher mal den Trank nehmen können, wäre auch nicht schlimm gewesen. Aber egal. So. Genau. Wenigstens mal ein Schwertstreich hier. So, der erste ist tot, glaube ich, oder? Was war das gerade für ein Geräusch? Ja, das zweite ist tot, dritte fällt auch gleich. Und, da ist gerade wieder einer gefallen. Selbst der Ulreich, selbst der Chef, der hat schon viel weg. Ich weiß natürlich nicht, ob jetzt wieder noch ein, zwei Leute da in dem Raum da stehen. Nächste fällt gleich. Ha, das war der Chef, das war Ulreich. Das finde ich geil, der Kampf wäre sonst total schwer gewesen, aber, ich meine, es ist ja nicht verboten, die Umgebung zu nutzen. Fuck, ich sehe nichts. Das reicht jetzt. Sehr geil. So spiele ich Fußball, meine Freunde. Genauso und nicht anders. So, ich muss mal Katze nehmen, weil... Ach so. Ich bräuchte mal den Drang, der mich immun gegen Gift macht. Gewehrt vorübergehende Immunität gegen Prosporsporn, Schwertwahl. Weißer Honig, schiebt Vergiftungen auf. Trunkenen, greifende Hexer nicht an, verbessert der Donner. Kleine Regeneration der Ausdauer. Genau, das Ding ist es. Goldener Pirol. Hallihallo. Warum hustet er denn ja trotzdem noch? Na gut, vielleicht stört ihn der Raucher ja trotzdem, aber er ist halt immun gegen das Gift, das macht schon Sinn. Die scheinen alle gerne Hühnerbrötchen zu essen, kann das sein? Hier wird mir noch ein Gegner angezeigt, der genau hier sein soll. Seht ihr das oben rechts auf der Karte? Ich stehe jetzt genau über dem Gegner drüber. Hier ist der rote Punkt, das ist aber auch wieder ein Bug. Es ist schon, also es sind keine schlimmen Bugs, aber es ist schon krass, wie viele Bugs immer noch in dem Spiel sind. Wahrscheinlich sind es einfach Bugs, die so selten vorkommen und nicht gefunden wurden, nicht gemeldet wurden, etc. Und dann dadurch halt einfach goldene Diamantkette, das war dann wahrscheinlich ruhigreich. Und dadurch halt einfach nicht gefixt wurden, weil die Programmierer haben die Bug halt nicht gehabt. Bratnesfleisch. So. Das war's, ne? Gucken, ob jetzt hier noch einer rumlungert. Ich glaube, diesmal sind mir alle nachgekommen, weil ich erst da hochgerannt bin. Oder? Hä? Ach, da oben. Ah. Ein einzelner Armbrustschütze hat's noch geschafft. Ah, die sind immer so schlecht im Nahkampf. Das ist jetzt kein Stress. So, jetzt können wir auch wieder Licht machen. Ich glaube, ich taue das bei den goldenen Pirol wieder gegen die Katze aus. Die brauchen wir eh häufiger. Was haben wir denn noch hier so Interessantes? Such die Frau auf, die dich angeheilt hat, um die Belohnung zu holen. Ah, okay. Erbelust. Stimmt, jetzt haben wir ja auch den Tod gerecht von dem Typ da. Nicht, dass der es unbedingt verdient gehabt hätte, gerecht zu werden, aber ähm, dieses Fisch-Tesla- Fisch-Tes- Fisch? Mein Gott. Fisch-Tes-Labor auszuräuchern, plus halt die blöden Raubritter platt zu machen von der äh, Flammrose. Ich denke, das war einfach so gut. Und wenn wir halt dann dadurch noch eine Belohnung bekommen, was soll das, nehmen wir die halt mit. Jetzt ist da bestimmt noch irgendwo eine fette Truhe. Das war vor allem mit dem ganzen scheiß Fist-Tesla- ist halt eine Alchemie-Zutat, aber eigentlich brauchen wir die gar nicht. Das ganze dumme Bier, weil das trinken sind wir wieder besoffen, ey. Hab ich echt auch keinen Bock drauf. Weiß gar nicht, warum ich wieder angefangen hab, dieses blöde Bier mitzunehmen. Ach, hier wird ja auch noch einer angezeigt, oben rechts auf der Karte sehe ich gerade einen Gegner, der gar nicht mehr da ist. Warum liegt denn ständig, ach, klar, ich wollte gerade fragen, warum liegt denn ständig Tabakspfeife und Fist-Tes rum, aber ist klar, wenn man Fist-Tes natürlich raucht, macht Sinn, dass das oft mit der Tabakspfeife einhergeht. So, jetzt schauen wir mal noch schneller drauf, aber ich glaube, da müsste noch eine Kiste sein, oder? Oder Truhe. Verstehen Sie, warum man hier drin nicht rennen kann? Das ist doch jetzt kein Gebäude. Und selbst da kann man teilweise drin rennen. Es ist immer gut, dass ich hier so viel... Ach, Scheid, jetzt hab ich eh das Bier schon und da kann ich noch mehr mitnehmen, wie ich so viel Schnaps finde und die haben echt keine krasse Truhe mehr gehabt. Das ist schade. Ich will das nicht anzünden oder ausmachen. Ich will das Ding da hinten. Oh, da ist das geile Scheiß drin, wie es aussieht. Nice. So. Haben wir es, gehen wir raus und wenn... Was? Schon 26 Minuten? Ich hatte doch komplett verrafft, ey. Mit der Aufnahme hier. Egal, dann ist es halt wieder mal eine längere Folge. Ist ja nicht selten gewesen bei Witcher. Witcher. Und wenn ich draußen bin, dann... beende ich die Folge und in der nächsten Folge mache ich mir dann den Plan, wo wir... Ach, geil, es hat aufgehört zu regnen. Nice. Ja, dann mache ich mir in der nächsten Folge den Plan, wo wir als nächstes hingehen. Also dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Liken, kommentieren und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss.